Samstagnacht findet eines der krassesten Rematches überhaupt in der UFC statt und zwar Alex Pereira gegen Israel Adesanya und der große Kampf zwischen Hori Masvidal und Gilbert Burns findet ebenfalls statt. Gestern Abend gab es dazu die passenden Interviews zu den Fightern und die haben so ein paar interessante Sachen gesagt, die ich für euch erstmal wiedergeben möchte. Bevor wir aber loslegen, erstmal 5 Sekunden Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung, dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Übrigens, ein paar unserer Ringlife-Sachen werden ab jetzt auch immer auf Kompon erhältlich sein und dort könnt ihr auch mit dem Rabattcode Ring10 10% sparen. Israel Adesanya wurde von einem Interviewer gefragt, wie er mit dem letzten Kampf umgeht mit dem Ergebnis und wie er plant jetzt den nächsten Kampf zu gestalten, um vielleicht ein anderes Ergebnis zu bekommen und seine Antwort darauf war, ich weiß was für mich funktioniert, ich weiß wie man den Typen besiegt und ich weiß auch, dass ich ihn jedes Mal dominiert habe, aber er hat einfach diese spezielle Fähigkeit, sich zu erholen und den Fuß aufs Gaspedal zu setzen. Also habe ich jetzt die Aufgabe, einen Weg zu finden, ihn vom Fahrersitz zu stoßen und das werde ich auch. Adesanya zeigt, dass er schon ziemlich selbstbewusst in dieses Rematch geht, auch in den ganzen Vlogs, die er jetzt im Vorfeld zu diesem Kampf hochgeladen hat. Hat man immer gesehen, dass er bei dem Training darüber geredet hat, dass er sich gut fühlt, dass er sich stärker und besser fühlt als zuvor. Er hat auch gesagt, dass er mental jetzt in einem ganz anderen Platz ist, wo mit seinem Trainer sich komplett anders auf diesen Fight vorbereitet hat und bereits jetzt schon angefangen hat, Gewicht für diesen Kampf zu machen. Fragt sich halt natürlich nur, wie er strategisch diesen Kampf jetzt aufbauen wird, nachdem er jetzt schon ein zweites Mal aufeinander folgend von Pereira ausgenockt wurde. Alex Pereira hatte natürlich auch selber ein paar Sachen zu dem Thema Adesanya zu sagen. Einerseits wurde er gefragt, ob er glaubt, dass das die interessanteste Rivalität in der UFC aktuell ist und hat einfach dazu gesagt, so meiner Meinung nach ist es keine Rivalität. Ich habe den Typen einen Mal nach dem anderen kaputt gemacht. Vielleicht sieht er das als Rivalität, aber in meinen Augen ist das keine. Dann wurde Alex Pereira auf das ganze Thema Gewichtsklasse angesprochen, weil er ist ja nun mal ein riesiger Typ und macht ziemlich viel Gewicht, um im Mittelgewicht zu kämpfen. Die Frage war, ob er plant, nach dem Kampf gegen Israel Adesanya, wenn er nochmal vielleicht gewinnt und den Titel verteidigt, dann aufzusteigen in die Gewichtsklasse, ins Halbschwergewicht und dort weiterhin aufzuräumen. Er meinte dazu nur, nee, erstmal plane ich nicht, die Gewichtsklasse zu wechseln, auch wenn viele Leute denken, dass ich Schwierigkeiten habe, dieses Gewicht zu machen, aber früher habe ich beim Kickboxen schon das Gewicht geschafft und da muss ich sogar ein Kilogramm drunter kommen. Und das habe ich damals auch easy gemacht. Also, mein Plan ist es, in dieser Gewichtsklasse zu bleiben, hier weiterhin zu dominieren und mir einen Namen zu machen oder in die Geschichtsbücher einzugehen und erst danach, wenn mein Körper mir Anzeichen gibt, dass es Zeit ist, die Gewichtsklasse zu wechseln, dann werde ich auf meinen Körper hören. Eigentlich wirklich unfassbar, dass er sagt, dass er keine Schwierigkeiten dabei hat, aktuell das Gewicht zu machen, weil wenn man bedenkt, er läuft normalerweise mit 104 bis 106 Kilogramm rum, also im Alltag. Und dann macht er Gewicht auf 84 Kilogramm, um in den Ring zu steigen und dann zu kämpfen. Da er gesagt hat, dass er plant, weiterhin im Mittelgewicht zu bleiben, wurde er natürlich auch darauf gefragt, wer jetzt so die nächsten Gegner sein könnten, die er sich als nächsten Fight vorstellt. Und da hat er zwei Typen als Optionen genannt. Er hat gesagt, ja, entweder so ein Robert Whittaker oder so ein Paolo Costa. Von dem Interviewer wurde dann noch ein weiterer Name in den Raum geworfen, und zwar Hamza Cimaev. Und zudem hatte Alex Pereira ein paar Sachen zu sagen, die nicht ganz so nett waren. Dieser Junge scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Er redet zu viel. Er sagt nach meinem letzten Fight, dass er gegen mich kämpfen will, also bot ich ihm an, bei 200 Pfund gegen mich zu kämpfen, und er ist weggerannt. Wenn es um Costa oder Whittaker geht und die Fights gemacht werden sollen, so ist es mein Job, gegen sie zu kämpfen, aber kommt mir bitte nicht mit Hamza Cimaev. Hamza Cimaev hat nach dem letzten Kampf zwischen Israel Adesanya und Alex Pereira, so Conor McGregor-Style-mäßig auf Twitter, eine Ansage gemacht und hat gesagt, ey, pass auf, ich will gegen Alex Pereira direkt demnächst kämpfen, und zwar im Dezember. Alex Pereira das Antwort daraufhin damals war, okay, ja komm, dann lass uns halt gegeneinander kämpfen, im Dezember, aber wir kämpfen bei 205 Pfund, weil mein Körper ist erschöpft von dem Kampf, ich kann nicht nochmal jetzt das ganze Gewicht machen, also musst du hochkommen in der Gewichtsklasse, wenn du gegen mich kämpfen möchtest, und Hamza Cimaev hat damals diesen Kampf dann halt nicht angenommen. Deswegen sagt er jetzt, dass er vor ihm weggerannt wäre. Gut, seien wir mal ehrlich hier an dieser Stelle, dass Hamza Cimaev jetzt ins Halbschwergewicht hochgeht, macht aktuell noch nicht so viel Sinn. Sein letzter Kampf war im Weltergewicht bei 77 Kilogramm, jetzt will er hoch wahrscheinlich schon bei 84 Kilogramm kämpfen, und dann noch einen weiteren Schritt, noch eine weitere Gewichtsklasse hochgehen, um dann gegen einen der krassesten Fighter überhaupt gerade zu kämpfen, ist halt nicht gerade sinnvoll. Trotzdem hoffe ich, dass vielleicht in Zukunft irgendwann dieser Kampf zwischen Hamza Cimaev und Alex Pereira stattfinden könnte, auch wenn Alex Pereira absolut der bessere Fighter im Stand-Up ist, und Hamza Cimaev auf gar keinen Fall von dem getroffen werden sollte, sonst fliegt er, was weiß ich wohin, durch die Arena. Aber der Bodenkampf, der Bodenkampf, das könnte etwas sein, wo Hamza Cimaev, Alex Pereira richtig große Schwierigkeiten bereiten könnte. Gehen wir jetzt aber mal rüber zu dem zweiten richtig interessanten Kampf an diesem Amt, und zwar ist es der zwischen Gilbert Burns und Jorge Masvidal. Ein absoluter Kracherfight, kann ich euch nur sagen. Beide Fighter hatten auch so ein paar Dinge übereinander zu sagen, und Masvidal, der jetzt gerade eine Drei-Niederlagen-Serie hat, hat gesagt, es ist möglich, dass das mein letzter Kampf ist. Sollte ich diesen Kampf verlieren, dann werde ich höchstwahrscheinlich meine Karriere beenden. Sollte ich diesen Kampf gegen Gilbert Burns allerdings gewinnen, dann zeigt mir das, dass mein Körper noch fähig ist, und dass das alles noch in die richtige Richtung geht. Masvidal hatte vor einer Weile schon mal in einem anderen Interview gesagt, dass er sich eigentlich noch aktuell ziemlich wohl fühlt, und nicht über das ganze Thema Rücktritt nachdenkt. Er sagte, solange er mit den absoluten Killern in seinem eigenen Gym, im American Top Team, solange er mit den jungen Typen dort noch mithalten kann, und denen Probleme bereitet, plant er nicht zurückzutreten, und will auch nicht in einem Kampf oder sowas einsteigen, dort ausgenockt werden, und dann den Rücktritt bekannt geben. Sollte er aber merken, das waren seine Worte, dass er im Gym schon von den Jungs auseinandergepflückt wird, dann wird er gar keinen weiteren Kampf machen, sondern einfach so seinen Rücktritt bekannt geben. Persönlich hoffe ich natürlich nicht, dass es der letzte Fight von Masvidal sein sollte, weil er ist immer noch einer der interessantesten Fighter in der UFC. Auch außerhalb gab es ein bisschen Drama, immer wieder mal da und mal da, aber er ist immer noch ein Charakter, den die Leute sehr, sehr gerne sehen möchten und auch immer wieder die Pay-Per-Views kaufen, weil er für Unterhaltung sorgt. Gilbert Burns hatte dazu selber auch was zu sagen, und zwar hat er gesagt, ich glaube irgendwie nicht, dass er wirklich zurücktreten wird. Ich denke, dass er nach diesem Kampf so was wie der zweite Nate Diaz wird, der vielleicht nicht der Typ ist, der immer wieder gewinnt, aber dennoch einer ist, der die absoluten Verkaufszahlen bringt, und die Company, also die UFC, wird ihn trotzdem versuchen, weiterhin beizubehalten. Außerdem hat er einen Sieben-Kampf-Vertrag abgeschlossen mit der UFC, und das ist dickes Geld, das er sich höchstwahrscheinlich nicht entgehen lassen möchte. Gilbert Burns hatte aber noch ein paar andere Worte zu Masvidal zu sagen, und zwar meinte er, er hätte richtig Bock, sich im Stand-Up mit Masvidal zu brettern. Aber er hat auch gesagt, er weiß ganz genau, wie gefährlich Masvidal ist, wie erfahren der Typ ist, dass er über 50 Profi-MMA-Fights hat, und die ganzen Kämpfe im Hinterhof in Miami, bei den Fights bei Kimbo, die sind ja noch gar nicht dazu gezählt. Deswegen weiß er ganz genau, wie gefährlich Masvidal ist, und er möchte da auf seine Coaches hören, und die haben gesagt, ey, mix das ganze Ding mal ein bisschen ab, suche ab und zu auch mal den Takedown, ein bisschen den Bodenkampf, und dazwischen findest du vielleicht irgendwo die Lücke, um ihn zu treffen und ihn auszunocken. Er möchte sich also ein bisschen an den Gameplan von seinen Trainern halten, aber schauen wir mal, ob das ganze Ding klappen wird, oder ob das so ein Ding wird, wie bei Gilbert Burns gegen Hamza Chimaev, wo die sich einfach nur pur auf die Fresse gehauen haben. Was wäre aber die UFC ohne Masvidal, und ohne seinen Stress hinter den Kulisten? Damals war es mit Leon Edwards, wo er ihm zwei Packungen geschenkt hat, dann mit Colby Covington, den er irgendwo vor einer Diskothek oder sowas angegriffen hat, und jetzt gab es einen weiteren Typen, mit dem Horny Masvidal Stress hatte, und zwar Kevin Holland. Heute Nacht ist ein Video auf Twitter aufgetaucht, wo man sieht, dass Masvidal und Holland in der Hotellobby ein bisschen Stress miteinander hatten. Der Grund für diese Auseinandersetzung könnte das Interview von Kevin Holland sein, welches er bei dem Media Day abgegeben hat, denn da sagte er oft die Frage, wer gewinnt den Kampf zwischen Burns und Masvidal? Ich sehe, wie Burns Masvidal schlägt, aber wir wissen alle, dass sich Masvidal nicht mag, also scheiß auf ihn. Masvidal hat das Ganze mit dem Interview wohl mitbekommen und sich dann entschieden, so den Kollegen lasse ich nicht einfach so davon kommen und den werde ich jetzt stellen. Hoffentlich passiert da jetzt nicht weiterhin irgendwas und weiterhin irgendein großes Drama hinter den Kulissen, weil das könnte ein bisschen die Kämpfe riskieren und hoffentlich passiert auch nichts nach den Kämpfen, was dann wieder zu Schwierigkeiten führen könnte, wie bei Colby Covington und dann bei Masvidal. Jedenfalls, das waren jetzt die News zu diesem Video. Ich bin extrem gespannt auf das Wochenende, da wird es natürlich auch die Reactions von mir zu den einzelnen Kämpfen geben. Wir sind am Ende. Schreibt mal eure Meinung zu diesen Kämpfen natürlich in die Kommentare und was ihr dazu zu sagen habt. Und jetzt gibt es am Ende nochmal meine drei Lieblingskommentare aus dem letzten Video. Manny 2003 hatte eine interessante Prognose zu Schafkat gegen Hamzat und zwar sagte er, Schafkat würde Hamzat eher besiegen, weil er ein vielseitigerer Kämpfer ist. Ich sehe ihn Hamzats Grappling neutralisieren und schlussendlich im Stand zu dominieren. Alex T sagt, ich setze auf Chimaev. Glaube, wir haben noch keinen Gegner gesehen, der alles von ihm abverlangt hat. Heißt, wir wissen noch nicht wirklich, wie stark er tatsächlich ist. Und Gamebred Huys persönlich sagte, ich würde mir wünschen, dass Hamzat und Schafkat später kämpfen würden. Stellt euch vor, Hamzat, Champ im Mittelgewicht und Schafkat im Welterweight. Champion gegen Champion wäre echt nice.